Ich bin nicht so der Redner, ich bin einfach davon, dass man mir Fragen stellt und ich anworte gerne. Aber so, z.B. wo viele Leute zu stehen, muss man Respekt, dass ihr alle gekommen seid, dass man in der Kälte noch hierhin steht und mich mal zuhört, das finde ich sehr, sehr schön. Und danke nochmal, dass ihr alle da seid. Ich meine, wer mich kennt und wer mich erlebt hat, weiß, dass ich ein fröhlicher Mensch bin, der auch Späße zu haben ist, der auch ab und zu mal Sachen macht, was lustig ist. Aber wenn es um so ein Thema geht wie heute, dann kann ich teurer sein, weil ich selbst auch sehr viel erlebt habe in meinem Leben, auch seit ich Fußballer noch hier, seit ich in Deutschland lebe und es sind Sachen, was wirklich dagegen tun. Aber wichtig war nur, dass man mal was dagegen tut. Ich habe ja selbst drei Kinder und ich weiß sehr, was meine Kinder durchleben. Und ich habe auch Angst, dass meine Kinder die Sachen, was ich jetzt durchgelebt, erlebt habe, dass sie irgendwann mal das durchleben. Eines Tages bin ich zu Hause, kam mein Sohn nach Hause und fragte mich, mein Sohn ist gerade fünf Jahre alt, und fragte mich gerade, Papa, warum bin ich schwarz, warum kann ich nicht weiß sein? Ich stelle mich so eine Frage und ich habe mich gefragt, was ist denn passiert mit dem Kinder? Der geht noch zum Kindergarten. Was ist denn passiert mit dem Kindergarten? Wie kann ein Jünger, der gerade fünf ist, mir so eine Frage stellen? Und wenn ich jetzt, ich sage, ich muss einfach, ich war sehr traurig, einfach, dass der Kleine, der fünf ist, so etwas fragt. Aber ich musste meinem Sohn einfach Sachen erklären, um einfach zu verstehen, was los ist. Ich habe einfach Angst, dass mein Sohn dann irgendwann mal Sachen erlebt, was ich selbst erlebt habe. Ich meine, als Fußballer kriegst du sehr, sehr viel mit, und du wirst als Amor gesehen, ab und zu mal wirst du gelobt und fliehen. Aber es gibt auch Schattenseiten, diese Erfolge. Es ist einfach so, dass ich sehr öfter mal angegriffen wurde. Angegriffen auf dem Platz, auch außerhalb. Und es war nie einfach, weil ich mich auch immer mal dazu entschlossen habe, weil ich mich sehr, sehr wohl in Deutschland gefühlt habe. Ich habe über zwölf nach Deutschland gekommen, wurde sehr, sehr gut aufgenommen, fühlte mich dann auch von Anfang Deutschland. Und habe mich dann immer mal entschieden, für Deutschland zu spielen. Aber es gab eine Gruppierung, die wirklich dagegen waren. Und die immer was gegen mich hatten. Und wirklich, es ging nicht da. Ich saß sogar vor Gericht mit den gewissen Leuten und habe immer dafür gekämpft. Weil, wenn ich jetzt, wenn ich nicht als Amor dagegen kämpfe, wir können das machen. Und ich meine, wir dürfen nie wegkommen. Wir dürfen nie wegkommen. Sondern wir müssen, die Zukunft sind die Kinder. Und wir müssen Vorbilder für die Kinder sein. Und ich meine, ich habe, dank Gott, bin ich jetzt an der Position, um Kinder zu erreichen. Und deswegen werde ich immer davon reden, weil ich weiß selber, was ich durchlebt habe. Ich sage nochmal ein Beispiel. Ich war während 2006. Ich meine, was hier in Deutschland los war, war einmalig. Und wir lagen uns in den Armen, Afrikaner, weißt du, wer alle hier in Deutschland war. Die waren alle, war keiner erwartet, dass in Deutschland sowas stattfinden könnte. Und dann haben wir so ein super WM. Und dann kommt der Alltag wieder. Dann hast du als deutscher Nationalspieler, bis Dritter geworden wurde, ist in Berlin gefeiert, als DJ, Samoa, irgendwas. Und dann hast du ein Spiel in Rostock. Dann gibt es eine Gruppierung, die dich dann nur auswählen und ausweichen stellen. Bei jedem Ballkontakt. Und da habe ich mich wirklich gefragt. Und ich weiß, ich wurde sogar von einem Schirr gefragt, ob der das Spiel wirklich abbrechen sollte. Aber wenn ich, hätte ich das, hätte ich ja gesagt. Hätten wir die Leute einfach recht gegeben. Hätten wir sie. Habt ihr gesagt, nein. Habt ihr nein gesagt? Und da habe ich dann noch das Tor getroffen. Hab dann, glaube ich, drei Tore gemacht im Vokalspiel. Und wir haben das Spiel gewonnen. Aber es tut irgendwie weh, von anderen Leuten akzeptiert zu werden und von gewissen anderen Leuten nicht akzeptiert zu werden. Und wie gesagt, solange ich lebe und solange ich wirklich was tun kann, dann werde ich immer was dafür tun. Und das hoffe ich, dass wir alle was dazu tun können. Ich weiß nicht, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass immer meine Kinder das Gleiche erleben. Ich weiß, ich habe Geschwister zu Hause, die es anders erleben. Natürlich wird Asamor anders gesehen. Natürlich komme ich in ein Diskothek rein, wo vielleicht andere Schwarze nicht reinkommen. Ich habe auch selbst am Anfang erlebt, wo Leute mich in Kanto und ich in ein Diskothek nicht reinkomme. Ich kann nur manchmal in einen Laden rein, in den Billard zu spielen. Aber sowas merkt man gar nicht. Als Asamor kriegst du viele Sachen entgegenwochen. Aber wie geht es meinen Schwestern, wie geht es meinen Freunden, wie geht es den anderen Ausländern, die da hier sind. Und das sind Sachen, wo wir alle was dazu tun können. Klar, wir Ausländer müssen auch diese Kultur akzeptieren, wo wir sind. Man muss auch die Sprache lernen, wenn man in Deutschland kommt. Aber trotzdem verlangen ich einfach, dass man uns den Respekt entgegenbringt, weil wir alle gleich sind. Und eines Tages, ich wollte noch mal nicht so viel reden heute, aber das ist einfach eine Thematik, was sehr, sehr wehtut. Es sehr, sehr wehtut. Ich meine, ich könnte so viele Beispiele aufzählen, aber ich will euch, es ist sehr kalt, weil ich will euch nicht aufhalten. Aber ich hoffe, ich hoffe es, dass so viele Leute heute gekommen sind, zeigt das Interesse an dieser Thematik. Ich hoffe, dass wir alle irgendwas dazu tun können. Und diese Kinder, unsere Kinder, Kinder sehen Zukunft für uns. Wir können alle was beitragen, um die Kinder zu erreichen, dass sie auch akzeptieren und auch wissen, dass ich als Schwarzer, als Asamor, auch ein Mensch ist wie ein Bürgermeister. Und das muss einfach unser Ziel sein. Zivilcourage zeigen, dass wir alle gleich sind. Also, danke schön, schönen Abend und vielen, vielen Dank. Vielen Dank.